Der 1. Magdeburger Basketballclub hat eine Initiative gestartet, die nicht nur den Sport, sondern auch die Integration vorantreibt. Durch ein Projekt mit der Förderschule Hugo Kuckelhaus entstand vor einiger Zeit die Idee, Sportangebote speziell für Kinder mit einer geistigen Behinderung anzubieten. Diese Zusammenarbeit will der Verein weiter ausbauen. Neben Basketball bieten Trainer Bewegungssport an. Die Kinder lernen durch speziell angepasste Trainingseinheiten die Grundlagen des Sports, verbessern ihre motorischen Fähigkeiten und entwickeln Teamgeist. Das fördert das Selbstbewusstsein. Eltern mit geistig behinderten Kindern sind eingeladen, das Sportangebot zu nutzen. Die Trainingszeiten vom Basketball sind jeden Montag von 16 bis 17 Uhr in der Förderschule Hugo Kuckelhaus. Anschließend findet dort auch das Training für den Bewegungssport von 17 bis 18 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es auf der Website